Schön, dass du da bist und jetzt die Zeit nutzt, um zur inneren Ruhe zu gelangen. Lege dich oder setze dich bequem hin. Atme tief ein und aus. Nimm deinen Atemprozess bewusst wahr. Ein- und ausatmen. Spüre deinen Atem. Begleite den Atemfluss mit deiner ganzen Aufmerksamkeit des Kommen und Gehen. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Atme ein und aus. Versuche nicht zu kontrollieren. Lass den Atem kommen und gehen. Deine Schulter sind locker. Dein Oberkörper ist völlig entspannt. Der Atem strömt frei. Der Kopf befindet sich in einer Linie mit der Wirbelsäule. Deine Arme und Hände locker und entspannt. Deine Augen sind geschlossen. Atme tief durch die Nase ein und den Mund aus. Während ich einatme, bin ich mir bewusst. Während ich ausatme, bin ich mir bewusst. Ich beruhige mich immer mehr beim Einatmen. Beim Ausatmen fühle ich mich wohl. Ein und aus. Tief und lang. Ruhe und Leichtigkeit. Spüre, wie die Luft durch die Nase einströmt und wie sie durch den Mund wieder ausströmt. Wie sich der Brustkorb weitet und beim Ausatmen entspannt. Dein Bauchraum hebt sich beim Einatmen und beim Ausatmen senkt er sich. Beobachte einfach diesen Atemfluss. Versuche, konzentriert beim Atmen zu bleiben. Es ist völlig normal, dass sich irgendwelche Gedanken immer wieder versuchen, in den Vordergrund zu drängen. Atme einfach ein und aus. Und spüre, wie deine Gedanken sich von selbst mehr und mehr ausblenden. Konzentriere dich einfach auf deinen Atem und spüre den erfrischenden Einfluss deines Atems. Ich stelle dir jetzt vor, du bist an einem Meeresstrand. Du entdeckst hier eine Hängematte, die zwischen zwei Palmen aufgespannt ist. Du legst dich bequem hinein und nimmst nur das Rauchen des Meeres wahr. Lausche einfach nur dem Meeresrauchen. Die Wellen bewegen sich sanft hin und her. Begleitet von vereinzelten Rufen der Meeresboden, die weit über den Ozean fern. Du siehst das endlose Meer und die kleinen Wellen, die immer wieder an den weißen Sandstrand rollen. Wenn du möchtest, stehe jetzt auf aus deiner Hängematte und spüre den weichen Sand unter deinen Füßen. Schritt für Schritt bewegst du dich und nimmst den weichen Sand wahr. Gehe zum Meer und beobachte, wie die Wellen kommen und sich wieder zurückziehen. Nimm das Kommen und Gehen der Wellen wahr und spüre mehr und mehr die Ruhe, die sich jetzt in deinem Inneren ausbreitet. Atme die klare Meeresluft ein und fühle Ruhe und Frieden in dir. Setz dich an den Strand und nimm den Sand in deine Hände. Lass ihn einfach durch deine Finger rieseln. Lege dich jetzt gemütlich in den Sand und spürst du den Wind auf deiner Haut. Sonnenstrahlen berühren deinen gesamten Körper und du genießt einfach die Wärme in deinem Gesicht. Alle Muskeln lockern sich. Du spürst die Kraft der Sonne und die Energie, die sie ausstrahlt, während du tiefer und tiefer in ein angenehmes Gefühl der Ruhe sinkst. Alles um dich ist unwichtig. Du nimmst nur dich und deinen Körper bewusst wahr. Fühle Ruhe und Frieden in dir. Spüre, wie ein Sonnenstrahl über deine rechte Hand wandert, weiter zu deinem Unterarm und dann zu deinem Oberarm. Danach gleitet er weiter zu deinem linken Oberarm, Unterarm deiner linken Hand. Genieße einfach die Wärme. Jede Zelle in deinem Körper wird mit neuer Kraft versorgt. Alles fließt harmonisch. Und du singst tiefer und tiefer in die Ruhe und Entspannung. Du genießt es einfach, hier im weichen Sand zu liegen, vergeben vom Rauschen des Meeres und eingehüllt mit barmen Sonnenstrahlen zu spüren. Lass dir jetzt Zeit, die Ruhe dieser Umgebung voll und ganz auf dich wirken zu lassen. Lass sie sich weiter ausbreiten und nimm den gegenwärtigen Augenblick wahr. Betrachte jetzt in deiner Ruhe deinen vergangenen Stress. Und die vielen negativen Einflüsse mit Abstand, ohne Bewertung. Spüre, in der Ruhe gleiten sie einfach ab. Nimm dich wahr, dass du wichtig bist. Und nimm bewusst die Ruhe in dir wahr. Verweile in der Ruhe, lass sie sich weiter ausbreiten, mehr und mehr. Alle negativen Gedanken, die dir vielleicht noch in den Sinn kommen, lass dir Zeit, dass sie an dir abgleiten und übergebe sie einfach dem Meer. Gestärkt von der Ruhe, völlig entspannt, kehre langsam in deine Welt zurück. Öffne die Augen und freue dich, dass es dich gibt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Gerne kannst du meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank. Gerne kannst du meinen Kanal abonnieren. 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 Untertitelung des ZDF, 2020